Ein wichtiges Erkenntnis von der Darmsanierung war, dass ich gemerkt habe, dass ich meinen Stoffwechsel eigentlich gar nie richtig so schnell und so gut erlebt habe. Ich konnte massiv abnehmen, ich hatte viel mehr Kraft für das Training und für alles sonst. Ich habe gemerkt, was mir gut tut, auch an Nahrungsmitteln. Und wenn ich eigentlich genug habe, das habe ich vorher gar nicht mehr gekannt. Ich habe keine Blei mehr, ich habe einen schlankeren Bauch bekommen. Es geht mir einfach viel besser, ich habe wieder mega viel Kraft bekommen. Die wichtige Erkenntnis vom Krafttraining. Früher war das Krafttraining für mich eigentlich ein Mast. Ich habe immer dieselben Übungen gemacht. Ich habe gemerkt, es nützt gar nichts, es macht mir keinen Spass. Dann bin ich zu Yasmin gekommen und habe ein strukturiertes Programm bekommen. Jetzt macht es mir so leise Spass, dass ich fast jeden Tag auf jeden Fall ins Training gehe. Und das hat mir extrem geholfen, um auch meinen Körper zu verändern und zu merken, strukturiertes Training, wo mir Freude macht, dass das auch für den Körper viel mehr bringt. Man geht lieber, man hat Abwechslung. Jeden Monat komme ich hierher und komme wieder ein neues, cooles Programm über. Und das motiviert mega fest. Ich durfte auch merken, dass mein ganzer Ausdurssport, den ich früher jeden Tag immer gleich gemacht habe, gar nicht so effizient ist wie das Krafttraining, das ich jetzt zweimal sicher in der Woche absolviere. Dass das viel mehr bringt und mir auch mega viel Spass macht. Also meine wichtigste Veränderung ist, dass ich viel mehr Muskeln bekommen habe. Ich durfte abnehmen und Fett verlieren. Und merke einfach, ich habe viel mehr Power für alles. Auch für den Alltag, für mein Training. Ich habe Freude an meinem Training und auch an mir selber. Also ich empfehle Empower Station weiter. Und zwar aus vollstem Herzen. Weil alles, was sie machen. Also die Jasmin, die ich hier kennenlernen darf, macht alles mit wirklich Leidenschaft. Und bleibt immer dran und fragt immer nachher. Und es ist alles so strukturiert und zielorientiert, dass man so mega Freude bekommt, dass man seine Ziele auch wirklich in kurzer Zeit schon erreichen kann.